Ein leises Lachen folgte. »Ich sehe euch an, was ihr denkt. Es ist ohnehin schon schwierig, etwas Essbares aufzutreiben, aber dieses Wetter macht die gesamte Ernte kaputt. Ihr werdet sehen, was daraus entsteht.« »Die Stumme«, hörte sie den Ersten wieder sagen, »der Teufel hat sie davor bewahrt, an der Pest zu sterben. Dafür tut sie ihm den Gefallen, dieses Mistwetter über uns zu bringen und uns zu vernichten.« Einer der Soldaten erhob sich. »Ihr geht jetzt besser schlafen«, sagte er. »Morgen reden wir wieder über das alles.« Bevor die restlichen Männer ebenfalls aufstanden und ihre Schlafplätze aufsuchten, huschte Magdalena zu dem ihren zurück. Sie wollte auf keinen Fall, dass jemand erfuhr, dass sie dieses besorgniserregende Gespräch, wenn auch völlig unbeabsichtigt, belauscht hatte. Schlafen konnte sie nicht, denn das, was sich da zusammenbraute, war keinesfalls gut zu heißen. Sie musste etwas unternehmen, damit das Mädchen auf dem Kern der beiden Alten nicht in Gefahr geriet. Sie wäre ein unschuldiges und wehrloses Opfer. Aber was konnte sie tun? Kapitel 14 Der nächste Tag begann ruhig, wenngleich die Exzolanten und ihre Beschützer nach wie vor sorgenvolle Gesichter wegen des Wetters machten. Es hatte zwar seit Stunden nicht mehr geschneit, aber es war noch immer eisig kalt. Das war allerdings auch ein Vorteil, denn der gefrorene Boden machte ein Fortkommen leichter. Es war auch an der Zeit, weiterzuziehen, denn die Nahrungsmittel waren aufgebraucht. Das Wild, das die Soldaten anschleppten, reichte kaum für alle und gerade mal für einen Tag. Man gierte schon langsam nach Brot oder Gemüse, das jedoch niemand mehr mit sich führte oder zu verkaufen hatte. Es gab kein Mehl oder auch nur ein Körnchen ungemahlenes Getreide, das man kauen oder zu Brot verbacken konnte. Es gab kein Mehl oder auch nur ein Körnchen ungemahlenes Getreide, das man mit sich führte oder 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 mit sich führte.